Der Grand Lind X ist eine von sieben Opel-Neuheiten in diesem Jahr. Sieben neue Modelle in nur einem Jahr, sieben in 17. Das ist die größte Modell-Offensive in der Geschichte von Opel. Ich kann Ihnen heute mitteilen, dass der Grand Lind X auch der erste Opel sein wird, den wir in Zukunft als Plug-in-Hybriden auf den Markt bringen. Heute feiern wir die Weltpremiere von zwei neuen Insignia-Top-Modellen. Den neuen Opel Insignia Country Tourer. Dazu kommt der neue Insignia GSI. Ein Sportgerät für Kenner. Schärfer, präziser und noch effizienter. Getestet auf der anspruchsvollsten Rennstrecke der Welt, der Nürburgring-Nordschleife. We at Opel are very proud to be part of the PSA Group. Together, we are going to create a true European Champion. We will do so by continuing to make technology made in Germany available for everyone. Wir sind in Deutschland. Wir sind in Deutschland. Wir sind in Deutschland. Wir sind in Deutschland.